was geht ab freunde heute mal ja eine kleine runde rust aber wir zocken das ganze heute mal ein bisschen solo habe ich mir gedacht und ihr glaubt gar nicht ich habe sozusagen jetzt hier heute morgen mal ein paar stunden auf dem server gedattet und es ist so unglaublich so unglaublich hart alleine eine base zu bauen was ich nie gedacht hätte weil ich spiele ja niemals zu dritt mit vini und tim und einfach mal alleine klar zu kommen es ist so unglaublich schwer weil alle paar minuten irgendjemand um die ecke kommt die auf die fresse schlagen will also freunde genießt die ganze scheiße und lasst mich einfach nur in ruhe oh gott ja komm wo bist du ratte kameras kameras dann scheiß wo ist er ah da unten ok ja nochmal hit danke hit ja wow one hit dead keine ahnung wieso geht er mit warum ist er lowlife und fight denn erstmal mir soll es egal sein ok wo ist er wo ist er ah ok oh oh danke für die kleine donation mein Freund da ist doch schon wieder ein sack komm her du ratte hit hit hmm oh close 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 komm 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 wir salute wir salute auf zu dodgen ratte oh long range shot oh nein da kommt noch einer what the fuck was geht hier schon wieder ab hit him once hit him oh fuck ein hit ah fuck wieso tut er genau die scheiße pflanze hätte ich getroffen ohhhh hit him twice noch einer dead zweiter dead alter jungs lasst mich einfach nur in ruhe lasst mich einfach nur in ruhe wer ist das yo wirft deinen stein auf mir aua schnell gefinished damit er ihn nicht aufheben kann er hat scheiße er hat nen fucking hatchet er hat nen fucking hatchet jetzt heißt es nur noch run bitch run ich hab 12 hp alter scheiße jetzt halt da nicht deine fresse man ich werde mich los rechts von mir ist noch ein scheiß bogenschütze uah dein fucking ernie scheiße man hoffentlich ich kann mich vielleicht noch schnell looten ich weiß nicht die Tür ist halt offen jetzt ok Tür ist immer offen sehr gut ok ist mal fucking gut ähm scheiß melee bekommen egal ich muss mein mein haus wieder bekommen da ist einer komm her komm her ja nice und die bogen hä so gut dass wir jetzt hier irgendwie irgendwo müssen wir uns bogen haben unserem scheißhaut kurz den schlüssel holen wo ist mein stash das hab ich doch ruhig gelassen ja vielleicht da ist es Freunde so macht man es richtig hier schlüssel verstecken also außen posten für harte zeiten ähm nice zwei bogen hab ich noch die steine kann ich auch mal nehmen die kann ich noch verbauen so next step auf jeden fall cupboard einbauen jungs das allerwichtigste da wir gerade unser haus niemals irgendwie ein dach drauf bekommen werden weil ich viel zu afraid bin irgendwie ansatzweise wo zu farben einfach cupboard einbauen und die können uns so viel reinhopsen sie kriegen zwar unseren ganzen loot aber scheiß drauf sieht man zumindest nicht äh die base an sich abgezogen und können keine türen reinsetzen wir sind doch schwer irgendwo hier ratten hört ihr das steppen da mit einem knippel mit einem stein haut er wahrscheinlich oder na was diesen ratten ja 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 scheiß freund sein halt dein maul ja come on baby bin ich mit ich knall nur alles weg und auf dieses ganze rumgelaber hab ich keinen bock bis dich hier zack psst psst jungs hört ihr das da ist jemand alter ich glaub sammeln die grad holz um sich da anschließend in meine base rein zu boosten weil es oben noch offen ist das muss bestraft werden headshot one fuck er ist nicht dead klar ich misst fuck er hat den pipe go oh bei den pipe ach du schatze deine rechte zu rum für potenzial oh fuck get gesessen fuck nein nein das war's doch auf jungs lass mich doch alle in ruhe jetzt bauen die sich rein ja hören wir's auch schon nicht gut respawned du ton st bo wie w wo auch wo auch wo auch wo auch die zweite ist nein schutz st er wo 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 Huuuuhuuu Warte mal, kann ich? Warte, oh... Leute... Der Bauter! Er sieht mich nicht! Er hört mich nicht! Warte, oh, wie hat's in den Kopf? Sie hat den Kopf schon? WTF? Wie trifft das nicht? WTF? Pipe... Nein, nein, nein! Das war meine Chance, Jungs, wir haben sie für... Nein! NOOOOOOONT Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Halt auf! Leute, wir geben nicht auf, da sind sie wieder! Genau vor uns! Der eine hat den einen gerade eben gekillt, jetzt ist noch einer da! Einer müsste tot sein! Über die Schießerei da eben mit Pipes und so... Es ist so fucking dunkel, ich kann gefühlt nichts sehen, gar nichts, aber ich weiß ganz genau... Das fand ich auf mich! Das fand ich auf mich! Ja, noch einer dead! Noch einer! Oh, noch einer wahrscheinlich noch, oder? Sieht ihr mich? Meine Chance mit dem Speer, ich hab nur'n Speer! Komm schon, bitte! Ohh... Er hat mich gesehen, fuck, fuck, fuck! Er looted! Ja! Fuck! Oh, booyah! Oh, zwei Pfeil ist nice! Oh, ihr muss noch mehr loot sein! Scheiße, ihr mit... ich hab so viel Stub, ich hab so viel Stub, schnell rein 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 rein, ok muss ich jetzt wieder hochbauen? fuck, ich hab kein Holz ah, ich muss rülpsen, ich muss mich reinbauen das ist alles aufregend, ich bin gerade auf dem Magen jetzt, ich hab so viel Loot auf mir, jetzt muss ich ernst gehabt für meine scheiß Wand, oder für meine scheiß Treppe holz zu nehmen weil ich meinen Eingang ja mittlerweile nach oben verlebt hab so, Pipe schnell nachladen, dann kann ich schon was hilfslos machen safe Jungs, wir sind fucking noch mal safe fehlt fucking Goodman aber irgendwie fehlt noch eigentlich muss da noch mehr Stuff sein ist das jetzt so greedy? es ist so fucking Glück, ich seh einfach nichts ich brauch, ich brauch irgendwas um die, um die scheiß Tür jetzt nicht zu machen ich brauch ne Tür wieder meine Base einfach ohne Tür ist es oh, what the f- oh, todes viel Loot todes viel Loot na, Revolver nice ich brauch Holz ich brauch irgendwas, ich brauch das ist so viel Loot das ist so greedy das ist so greedy boah, das ist so geil wir sind reich Jungs wir sind reich Jungs waaah, oh 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 fuck wer war das? nein nein frisst das mein Freund waaah Alter ist das dreist hier wohnt jemand drin da ist Feuer drin boah ist das dreist der ist reingegangen Jungs ich raste aus Alter stirb doch endlich, du Wichser nein stirb doch, du Wichser ich stech ihn zweimal ab und wirf ihm den Speer in den Kopf Giant ok, Kopf ist übertrieben Oh fuck Alter ist das sein sch..." Das war grad so dreist Jetzt sterbe rassios. Das war alles wieder Pep. Thanks Pep. Thanks for loot. Oh, ein Code Lock, nice. Für unsere Door. Dann kriegen wir jetzt endlich mal unser Haus fertig. Dann ist unser Haus endlich mal andersweise safe. Wuhuu. Ich bin schon wie ein Vollidiot. Was, das war? Woah, nice. Das bringen wir auch nichts, oder? Obwohl... Ach, fuck. Oh, das war ein Versprung. Wenn das nicht, wo er es ist. Für ein scheiß Flap, was man die alles tut. Verzieht euch einfach nur von meiner Welt. Oh, ne schöne Krassi. Thank you very much, my friend. I appreciate your support, my friend. Come back if you want, my friend. Was? 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 Steps? Nein. Fuck. Alter, das geht nicht. Und die Hämmer ganz... Wo? Wo ist er? Scheiße. Da, da links, links, links. Warte! Soll ich laufen oder fighten? Soll ich laufen oder fighten? Schlau oder dumm? Schlau oder dumm? Ich fighte die Scheiße. Lass mich... Ich lass mich nicht weiter verarschen. Oh! Hit him! Komm schon. Prefschottet? Nope. Oh, jetzt furcht er mich. Komm schon. Get on my level, bitch. Get on my level. Nice. Boah, Loot könnte größer sein. Headshot, baby. La 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 la. Komm, wir werden noch ein paar Tiere finden. Das eine andere ist Schwein. Da oben. What the fuck? Pfff! Jetzt machen wir ruhige. Hallo, mein Freund. Oh shit, sie haben sich auch kämen. Okay. Fuck. Fight nicht, fight nicht. Ich muss einen Headshot finden. Ich muss einen Headshot... Aaaah. Ich bin in deriense hier. Dude, 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 dude. Fuck. Der eine hat, glaube ich, keinen Handle on, oder? Nein. Das war gegen eins. So fair. Fuck. auch rein laufen können schön die büsche ausletzen den fucking low don't hit me please don't hit me baby ok it's one on one it's very fair ich weiß nicht genau ob er mich pusht oder ob er sein mate looted ne, du hast steps oh play them once aaaaaaaahhhhh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh fisch war auch schon low, ich hätte ihn wahrscheinlich noch anderthalbmal vielleicht so auch nur einmal treffen müssen scheiße ok ok jetzt haben wir noch einen Bogen Einen haben wir noch. Ich würde sagen, jetzt gehen wir jetzt einfach stupid AFK kurz farmen. Ich snack kurz was. Oh Gott. Da brauchen wir jetzt nicht. Ich gehe jetzt weiter farmen. Denn unsere Base hat eigentlich... Ja, wir sind oben sicher. Zwei Doors. Eigentlich geht es uns echt soweit ganz gut. So ein Steak essen. Ja, ich würde sagen, entweder wir machen einen PVP-Run oder wir... Da hat doch schon wieder was. What the fuck. Über Ziele. Da bauen die sich genau neben mir auf. Hier zu. Sehen die Ratten da unten? Sehe ich sie nicht. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fuck! Ja, ich gehe etwas weiter. Na, ich komme ab! Das ist ein Steak. Ich gebe das in die Ziele. Einen Steak. Das ist ein Steak. Das ist eine Steak. Das ist ein Steak. Das ist ein Steak. Das ist ein Steak. Aber, wenn ich alles nicht... Untertitelung des ZDF, 2020